also was auch wie schärf so eine ekelhafte schärfe wie senf oder so meine geschärfe habe ich nicht hat dieses dass es sich so ins gehirn zieht ja wir sind so die lümmel in der stellung um scheiße ich muss meinen aufsatz ändern die macht ja gar keinen schaden diese scheiße denn stellung bestätigt stellung ist aktiv auf zur stellung jetzt kommt er von der seite rein hier so viele leute und ich krieg kein wenn man richtig viel in der stellung ja meine hinten alter Tunnel da bei B, da tummeln sie sich immer noch. Die Stellung ist unter Beschuss. Lege Code ab. Wir kontrollieren die Stellung. Ja, und zu denen. Die Stellung ist aktiv. Mischte. Das war jetzt doch von mir. nein doch mein stellung und da kommen sie gerade rein ich kann ich auch nicht mehr verbündete haben notfallabwurf angefordert ab 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 die nächste Kiste nicht in die Ich komme hier an meine Kiste rein, ja. Ich komme hier an meine Kiste rein, toll. Ah, die landen auch unmöglich, Scheißdinger. Fahrt von hinten. Es steht nur einer, oh. Ich versuche jetzt nochmal meine Kiste hier rein zu holen, aber ich bringe mich hoch. Gehe nicht außerhalb der Karte oder die eine? Hm. Was ist unten mehr? Oh, in der Stellung sitzen sie. Wie die Lemminge. Ein paar von oben. Hm, nein. Stellung ist aktiv. Kampfhunde angefordert, sind unterwegs. Gende, ist einer Gende. Alliierter Mörserbeschuss unterwegs. Die Frage, wo kommen sie? Aus dem Tunnel, oder? Oh, aus dem Tunnel kommen sie. Aber zumindest gerade einer. Wo kommt hier irgendwie keiner her? Ja. Wir haben die Hosen voll. Bündete schicken eine Gleitbombe. Stellung ist aktiv. Wir kontrollieren die Stellung. Oh Mann. Naja. Vielleicht komme ich sogar hier in den letzten rein. Weil das eine war eigentlich ganz gut. Natürlich nicht. Hallo. Toll. Was für ein bester Spielzug. Also er nicht. Ich nicht mal dabei. Will ich mich verarschen? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.